Moin, welches Motorrad würdest du empfehlen? 125er Enduro. Dazu erstmal ein Motorrad, was von der Community immer angeführt wird. Das ist nämlich die Beta RR 125 in der Viertekt-Version. Die gibt es einmal in der R-Ausführung, die kommt dann mit dem bekannten und bewährten Minarelli-Motor. Oder auch in der T-Variante, da wird dann von Tayo der Motor zugeliefert. Das ist also letztendlich ein China-Motor, dafür dann eben preislich auch ein bisschen günstiger. Ich habe mir ebenfalls aufgeschrieben, Aprilia RX 125 und die Fentyq XEF 125. Achtung, die kommt wieder auch in verschiedenen Ausführungen. Mit verschiedenen Abstufungen und was leider nicht mehr neu verfügbar ist, aber auch auf dem Gebrauchtmarkt. Sehr interessant ist die KLX 125 von Kawasaki, genauso wie die WR 125R von Yamaha. Beides ebenfalls sehr schöne Motorräder und ja, nicht en masse, aber definitiv auch auf dem Gebrauchtmarkt verfügbar.